Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal Torfett aus Holz. Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch mein Pferd vor, aber bevor wir noch richtig anfangen, macht bitte den Drammel hoch, aktiviert das Gläckchen und wenn ihr das gemacht habt, abonniert uns auch gerne auf den Kanal. Wenn ihr das erst gemacht habt, dann macht bitte in die Kommentare ein Pferd. So, jetzt zeige ich euch mein Torfett aus Holz. Ich habe die Decke aufgeladen, das ist nämlich kein Pferd, jetzt mache ich aber die Decke ab. Ihr kommt doch da hinten hin. Das ist dein Torfett und das ist schön weiß, oder? Aber die Augen könnt ihr auch so machen und die blistern. Aber und wenn ihr Zügel haben wollt, dann könnt ihr die einfach aus Kordeln machen. Oder auf ganz normalen Fallen. Also ich habe sie aus Kordeln gemacht, ich fand sie perfekt schön aus. Und heute mache ich meine Kühe. Ich bin beim Walther Stern angemeldet und das wollte ich euch zeigen, denn in der nächsten Woche ist ein Turnier. Und da wollte ich euch das nochmal zeigen, welche Kühe ich mache beim Turnier. An dem Schluss kann ich noch nicht so gut, weil ich da eine Rolle ab vom Pferd machen muss. Hier geht es schwer. Aber erstmal zeige ich euch jetzt. Das hier ist die Mühe. Das hier ist die Mühe. Ich mache hier gleichzeitig das Bein. Beine hoch, dann schaue ich also fest und mache so. Und dann geht die ganz langer Rot und mache das Bein und so. Und schon, bis es geht schön ab, dann mache ich das und mache so. Das hier ist der Transite. Und dann muss ich ganz langsam wieder so sitzen und dann wieder alle Mühe runter. Und dann muss ich natürlich so die Rolle abfahren. Aber das kann ich natürlich nicht sagen. Deshalb, ja, deswegen gehe ich jetzt einfach normal runter. So, ich wollte euch jetzt nochmal aufrundlich nochmal ein paar andere Übungen zeigen. Also, die habe ich mal selbst empfunden. Und darauf kann ich schon ein erfundenes Tanz bleiben. Das soll ich euch das mal zeigen. Muss ich wieder den Trittsitz machen. Aber ohne Fettbeutung. Immer so in die Hockey geht, dass ihr nicht zum Echten fallen. Dann, und dann muss ich so... Wollen wir... ...haha... Ich habe nicht gegrafen, oder? Ich habe nicht gegrafen, oder? Ich habe nicht gegrafen, oder? Ich habe nicht gegrafen. Ich habe nicht gegrafen, oder? 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 Und das ist ein Schimmel und das sollte ich euch nochmal sagen.